Herr, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es hat mir immer schon gefallen, dieser Spruch. Ich bin nur nicht ganz verstanden. Und das ist eigentlich die Weisheit. Es ist nicht die Frage, sein oder nicht sein, nein, es ist die Frage, was von den Dingen, in denen ich mich befinde, sind veränderlich, von mir veränderbar, welche sind es nicht? Es sind nur mal gewisse Parameter, die nicht veränderbar sind. Dann muss ich entweder schauen, dass ich die richtige, sprich gesundheitsfördernde, angenehme Einstellung dazu entwickeln kann. Oder ich muss schauen, dass ich die Sache verändere oder verlasse. Sonst wird es irgendwann einmal ungemütlich für mich und in der Regel vermutlich auch für die anderen. Das ist eine Frage, die Frage, die Frage, die Frage, die Frage, die Frage,